und damit ein herzliches willkommen zurück zu need for speed most wanted und wir sitzen heute in unserem kleinen nissan den wir mal ein wenig ausprobieren wollen nein wir müssen mal gucken doch wir machen das auf jeden fall wir werden jetzt erstmal rennen fahren leicht rundkurs rennen nitrobrenner bla 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 wir brauchen noch ein paar punkte um gegen den mclaren fahren zu können und jetzt werden wir erst mal haltet die klappe erst mal starten 0,3 kilometer nur mal schauen wie der gute kollege sich hier gibt ich bin da sehr gespannt drauf off the grid wir schauen uns das was ist denn das für ein auto ein tesla wo warte mal wir haben ein neues auto einen tesla cool super ja wir müssen vielleicht der ist aber süß der hat ja gar keinen sound ok den wollen wir aber jetzt nicht wir fahren jetzt unsere rennen ok wir haben auf jeden fall im sortiment schauen uns beim nächsten mal an so jetzt heißt es für uns off the grid werde erster nitrobrenner und geländereifen ja wie geht es geht mehr wir haben den nitrobrenner der ist cool und wir brauchen auf jeden fall die punkte um dann weiterzukommen jetzt warten wir mal ab wie sich das hier gestaltet ich glaube wir fahren durch strom ich stehe unter strom ok dann wollen wir gucken wie wir uns hier schlagen mein gott ok wer fällt ein war wieselig von der straße ja bestimmt aber wir haben keine zeit dafür alter scheiße nicht die kurve tschuldigung mist heißt das natürlich wir haben die kurve nicht gekriegt aber wir sind trotzdem dritter wo wieselig erster aber nicht lange glaube ich wir könnten es schaffen erste runde noch ob wir kommen wir kommen wir kommen wir kommen wir sind nicht gestohlen hast du einen schatten oder was wir stehen doch keine autos wo nicht übel nicht übel sprach der übel wo wo scheiße das auto fällt gleich auseinander oh shit was ich dachte wäre eine rampe gewesen ne der war super aber wir sind immer nur erster Und zweite Runde Also wir haben einen guten Vorsprung Wir könnten das sogar schaffen Erster zu werden Ziel, ja wir werden Erster Ich glaub's ja gar nicht Supi Okay das war jetzt auch nicht wirklich schwer Aber nun gut Wir haben auf jeden Fall die Sachen Und wir sind ganz 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 knapp dran Was haben wir? Verbesserte Leistung im Gelände Ja nehmen wir Hilfe, Hilfe, Hilfe Ich hab keine Bremse mehr Scheiße Mein Controller ist gerade ausgefallen Am Blick Und wir sind Oh nicht so früh, wir sind gecrasht Ja das haben wir auch schon gemerkt Habt ihr einen Schatten oder was? Was soll denn der Scheiß hier Okay wir sind äh Erwischt worden Bla 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 Geht nach Hause ihr Spackels Okay okay Wir haben auf jeden Fall Nitro drin Wow der hört sich Übelst krass an So dann gucken wir jetzt mal Okay Rundkurs rennen Ein Sprint rennen Das nehmen wir Zielpunkt festlegen Okay los geht's Wollen wir mal gucken Wie der Kollege sich hier im Sprint rennen bewährt So wie 4,4 Kilometer Wir werden uns da mal richtig Durchboxen jetzt hier Und Lampen brauchen wir Sowieso keine Ist ja hell Also können wir die alle Alter Okay die Bremsen des Autos Sind nicht gerade die besten Aber wir schaffen das So weiter geht's Was haben wir noch 3,3 Kilometer Oh geht gut ab Der Kollege Juii Okay Lenkung ist super Bei dem Auto Wenn die Straßen Was breiter wären Na das passt schon Wow geil Oh Bauer Hilfe Okay der fährt sich Wirklich gar nicht mal So schlecht Okay wo müssen wir Gerade aus weiter Ja Ach geh nach Hause Du Spacko Wir hätten hier raus Gemusst Okay wir sind mal wieder Falsch abgebogen Das heißt wir fahren Jetzt einfach hier mal hoch Okay Dann fahren wir hier Um Bürgersteig Und einmal falsch rum Okay wir sind wieder Auf dem richtigen Weg Ja Guck mal weg hier Danke Und da ist unser Rennen Okay Und los geht's Da bin ich jetzt mal gespannt Sprintrennen Und wenn wir das gewinnen Können wir gegen den McLaren fahren Das wäre natürlich geil Mal gucken Was das hier jetzt gibt Okay es geht los Wir fahren gegen Eine ganze Horde Von Wahnsinnigen Oh Baby Wir kommen Alter Der war knapp Wenn man beinahe Wenn man beinahe Alles hier Weggesemmelt Nein Nein Scheiße Da war Der Mittelstreifen Wir kürzen Wir kürzen hier ab Die Kollegen Das glaubt das gar nicht Okay Wir haben noch 2,6 Kilometer Und wenn wir das jetzt Nicht auf die Reihe Herkriegen Dann kriegen wir Tierisch auf die Moppe Oh scheiße Also wir kriegen Gar nichts auf die Reihe Das Rennen glaube ich Werden wir mal Ganz locker Verlieren Obwohl wir geben Nicht auf So schnell geht das ja nicht Da sind wir Unsere Kollegen Der Nacht Okay Baby Und den können wir Kriegen Jawoll So den haben wir Auch ausgeschaltet Den kriegen wir auch Wir werden nur Vierter Wir werden nur Vierter Aber vom achten Zum vierten Geworden Okay Nicht schlecht Aber Leider nicht gut genug So ein Kack Wir hätten das Schaffen können Wenn wir nicht So scheiße Gefahren wären Au 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 Okay Wir fahren hier rauf Oh Dieser Auto Sieht nicht gut aus Okay Ich würde sagen Weil so schnell Geben wir ja nicht auf So Rennen Rundkurs Rennen Spots Sprints Mittels Sprints Rennen So Rennen starten Wir werden das nochmal wagen Weil so schnell Geben wir ja nicht auf Um Gottes Willen Uns fehlen zweieinhalb Tausend Punkte Um gegen den Nixen Aus der Liste fahren zu dürfen Und zu können Jetzt werden wir hier nochmal Gas geben Weil so schlecht ist der Wagen Gar nicht So es geht los Wo ich glaube dass Die Kollegen gegen die wir fahren Etwas Mehr Bums unter der Haube Haben als wir Oh baby Okay wir sind vierter Der war knapp Der war echt knapp Alter mach dich vom Acker Und los geht's So den haben wir schon mal ausgeschaltet Wir sind dritter Den kriegen wir auch nicht Ne den kriegen wir nicht Boah Boah Was ist das für eine Karre Nein 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 Scheiße Leck mich da am Arsch rum Kommt denn da jetzt ein Auto Ich glaube das ja wohl nicht Super Kurz vorm Ziel Wir werden zumindest weitergebracht Also mit dem Karren Werden wir das hier nicht gewinnen Boah Gegen was fahren wir denn hier für Autos Leg mich in den Tisch Das gibt es doch gar nicht Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal